hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu star wars battlefront mit dem big mana da ist er und hüpfen bei ihr jump 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 motherfucker jump 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 und ihr kleinen wuchtel ihr ganz andere wollt nicht springen was hat ihr denn für welche der skins an das schon ja genau das sind schon bessere da scheiße ich drauf besser oder nicht besser hauptsache man hat spaß im spiel das ist halt die hauptsache ja spaß haben spaß haben und natürlich getötet werden aber trotzdem spaß haben ist in erster linie natürlich das beste mir kommt es nicht drauf an wie oft ich getötet werde oder wie oft ich kills machen oder so einfach spaß haben ja mit euch zusammen den abend schön genießen das ist das geile das meine ich ernst wirklich zwei so meine philosophie bei dem ganzen sturmtruppen hier denn schon wieder gut und das ist halt wie gesagt das was ich halt so mag am ganzen let's play und dies und hier ist einfach spaß haben ja scheiße und auch ob sagen immer zehn klicks da nur drauf sind oder ob es mal zwanzig oder dreißig oder vierzig sind hallo spaß haben er ist wirklich bald ich weiß aber das muss man verzeihen er ist auf den kopf gefallen ich bin noch normal von wo schießen die eigentlich ich bin nur in den zaubertrank gefallen ich bin ja ich bin ja nicht so bewandt mit euren ganzen zuerst quatsch ich bin aufgefallen immer nach der blöden aufnahme hier überall bei star wars ist meine stimme verfickt noch mal kacke kreft mich viel zu viel auf ich muss viel ruhiger werden oder niklas viel ruhiger werden genau rocklion jetzt laufen jetzt gemeinsam gemeinsam laufen jetzt den berg hoch ich folge dir mein freund mein kupferstecher das war geil das war richtig da ist von dir wie so ein zarzahn und sie ist tot oder das war richtig weiß mein rucksack nein ich bin wieder nicht warum müssen wir denn ruhiger werden niklas wenn es noch spaß macht meiner tvs da er mal wird auch pornos möchte ich mal so sagen ja pornos sind mein spezialgerät muss ich euch machen da waren blendgranate so sind die also geil hast du gesehen war richtig was hier gerade abgeht ist richtig ich bin ruhig ja du bist ruhig mütter genau du bist ruhig nee warum niklas was meinst du damit meinst du jetzt wirklich wir sollen ruhiger werden weil wir zu aufgedreht sind oder eher gesagt weil wir einfach ähm ja unsere stimme schonen sollen weil du dir Sorgen machst um uns das würde mich mal interessieren warum du mich bist hauptsache ihr zwei habt spaß schreit alles aus genau nein ich schreie natürlich immer nur dann wenn ich mich aufrege und das ist in dem spiel hier so oft ich kann ja auch nichts dafür ey würd ja auch viel ruhiger gerne werden BÄM Junge voll in die fresse ich bin eben auch ruhig ich bin ruhiger mensch ja du bist eh ein ruhiger mensch mich kann man nicht ausruhen bilden doch 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 das kann man das kann man ey das kann man richtig das wird sogar so extrem dass er seinen baseballschläger nimmt und auf einen zuläuft ne Böje weißt du noch früher Böje Böje ja jetzt tu doch nicht so ja ich weiß es noch ganz genau ey wir haben dich geärgert also mein mittlerer Bruder und ich ich bin ja der älteste aus unserer drei aus unserer Sippschaft sozusagen und ähm oh da gab es immer da gab es immer richtig Ärger ey richtig einen auf die Fresse da hat er seinen baseballschläger genommen seinen kleinen baseballschläger ja und dann Mama Mama oder am besten fand ich noch immer da war ich wer war ich da 15 hatte aber schon PC spiel ab 18 so ne und da war immer so wenn die dann gesagt haben Ingmar wir wollen mitspielen wir hab gesagt ne ich spiel jetzt da wurde immer von denen hat immer so gesagt so wenn du wenn wir jetzt nicht spielen dürfen dann rufen wir Mama Papa dann war voll das Druckmittel gewesen ey oder wenn ich neue spiel hatte oder sowas weißt du dann guckten sie was das denn oh geil so dann guckten sie die ganze Zeit zu so dann sagten sie äh sagten sie so zu mir dann so ja wir wollen wir wollen mal mitmachen und ich so ne äh ist noch nichts für euch ist das denn was für dich ne Böje ich musste leiden unter euch ich musste leiden unter euch ganz oft doch das hat was mach ich ihr habt den Kopfgeldjäger besiegt du machst dich jetzt nur schlecht ne ernsthaft das hat mich so geärgert immer da hätte ich euch so umbringen können für unspaß boah eure scheiß immer getuerei so wirklich so wirklich mich als als äh mich als 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 schlecht als als ne dass ich noch nicht spielen lassen da soll darf so immer zu sagen wir rufen jetzt gleich Mama wenn du uns nicht spielen lässt dann sagen wir du hast aber 18 jährige Spiele das fand ich immer so mies von euch ey nur wo ich dann 18 war ihr klein äh ähm kleinen Bitches ja da wurde der Spieß umgedreht ey da hab ich mir doch einen neuen PC glaub ich geholt oder? ähm ja müsste sein dass du da dann deinen neuen PC hattest ne doch dann habt ihr doch meinen alten doch bekommen war das nicht immer so? stimmt ja stimmt irgendwie so genau genau dann hatte ich ja einen neuen PC und dann hatte ich äh dann hatte ich äh ich glaube hab ich mir dann nochmal einen neuen gekauft und dann diesen den wir jetzt haben ja ich glaub schon ne oder hatte ich den den ich hatte sch- boah weiß ich jetzt noch nichtmals mehr ey da müsste ich echt lügen hab keine ahne ey was ist los mit dir? unspaß ey du bist ja so schlecht jetzt grad ein kill hast du erst ich muss ich bin die Woche echt ausgebucht oh das ist keine Ausrede du kannst doch wohl richtig spielen ich bin immer erfasst von den scheiß zielen ach komm weißt du was? ich glaube ich geh jetzt erstmal Flugzeug fliegen Flugzeug fliegen Flugzeug fliegen oder was? hä? ich hab doch Flugzeug genommen ah ne ist es da unten nein ne da ist es noch so jetzt aber ich flieg jetzt Rockleon wenn du auch Lust hast zu fliegen such dir nennt und ich warte auf dich muss man nicht blocken jetzt? er fliegt er fliegt wirklich er hat Autoraumschiff wuuuuhu ist das nice so und ich bin gleich wieder down ich kann das spiel einfach nicht ich kann das spiel so nicht so jetzt flieg ich aber in die Höhle rein waaaaa bumm geht doch und jetzt wollen wir mal wieder Kamikaze spielen äh Rockleon sollen wir mal sollen wir mal ja warte ich flieg äh lauf grad mal ganz schnell oh ich versuch es zumindest zum ähm jetzt ruckeln jetzt ruckeln jetzt fliege ich nämlich alter boah die Blendgranate ist ja so awesome jetzt ernsthaft die ist richtig geil boah die lohnt sich die wird sich so lohnen die wird sich richtig lohnen warte naaa ich weiß ja nicht ob er jetzt noch in Luft ist ich guck mal ganz kurz jo er ist noch aber er qualmt schon warte ich seh nicht ich seh nicht er fliegt er fliegt und er fliegt hinten rum ich seh nicht noch immer nice one warte so ich seh jetzt den Hangar ich seh den Hangar wenn du jetzt bereit bist drene mal ne Runde genau drene mal ne Runde uh scheiße Kamikaze und flieg rein nein nein ich bin wieder tot ah scheiße wir müssen kurz gucken warte noch warte noch bleib noch bleib noch in Luft so ich bin jetzt am Hangar gespawnt wenn du es jetzt schaffen solltest ja oberalp getroffen oberalp ooo ist aber egal komm ey richtig nice von dir coole Sache hab mich wieder gefreut einmal Kamikaze immer Kamikaze ne du weißt das ist ein Insider zwischen uns beiden der ist doch so blöd ihr seid echt Kamikaze Kamikaze und ich wusste uns was wo ich das geschrieben hab in der Überschreibung I won't sleep ok goodnight goodnight äh wo ich das nicht wusste äh wo ich das nicht wusste mit Kamikaze wie man es schreibt wollte ich erst Kamikaze also so wie Kamikaze ne Kami äh geschrieben wird aber ich hab's natürlich nicht gemacht ich hab doch mal gegoogelt vorher und Kamikaze wird ganz anders geschrieben weil Kamikaze wird K-A-Z-E geschrieben Kaze darum auch Kamikaze aber ich glaub jetzt schreib ich in der Beschreibung wenn das Video kommt Kamikaze 2.0 2.0 weißt du auch 2.0 2.0 2.0 das war wirklich 2.0 das war wirklich da oben waren wir doch letztens schon versteh ich nicht aber ich glaube in Russland ist auch eine Zeitumstellung oder ja die haben jetzt ungefähr 24 Uhr oder so nur halt nicht mal so ich komm da einfach nicht hin ne 11 killed oder es wäre ein Flugzeug ich glaube so soll ich es nochmal versuchen soll ich es nochmal versuchen soll ich es nochmal versuchen boah ja in dem Moment wo ich da hinkommen wollte das Flugzeug will ich nicht aber ich wär gerne nochmal geflogen so wir müssen jetzt mal langsamer erobern sonst gewinnen wir das ja nie hier aber es ist so übel schwer das einzunehmen das ist echt schwer diesen Punkt einzunehmen ich mach dich kalt 22.45 Uhr haben die es in Russland ach so ist gar nicht so weit verschoben ach so ja es gibt aber noch mehrere Zeit zum in Russland das muss man mal denken ja schon ist ja auch ganz groß hast du recht es gibt es gibt noch mehr Zeit zum wo wohnst du eigentlich denn in Russland genau in Moskau oder wo die wohnen in der nächsten Moskau dieser scheiß oberfett da oben alter Moskau ist auch weiter weg Moskau 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 ist ne schöne Stadt lalalalalala ha 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 hey dann geht ja mit soem Schutод filed durch ey hier ich würde ja nie auf jemanden oder geht da mit soem Schutstil da auf mich durch also ich muss ja ganz ehrlich sagen ich hab überhaupt gar keine Ambition da mal Urlaub zu machen ich geh auch nicht oder tut mir leid wenn ich das sage aber ist es einfach so das ist für mich so unnütz da Urlaub zu machen aber gut mußten wir ja selber dazu Okay, Alter, gerade mal erst. 13 Kills nur. Naja. War das die erste oder zweite Aufnahme? Ähm, gar nicht. Also Niklas, weißt du das vielleicht so? Als unser Mod, wie viele wir haben. Weil ich weiß es nicht. Ist das schon die zweite Runde oder die erste? Ich glaube, das ist die erste, ne? Ich glaube, das ist die erste. Yeah. Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Wir warten ganz kurz. Wenn nicht, können wir rausgehen. Tomorrow's Study. Ich glaube, zweite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ey. Ja, komm, wir verlassen es auf jeden Fall. Ja, komm. Ich lasse aber die Aufnahme mal kurz an. Ich weiß es hundertprozentig nicht mehr, ey. War das nicht die erste? Was jetzt schleicht? Schlecht machte, glaube ich. Ich glaube, erste auch, ne? Ja. Ach, Entschuldigung. No, du. Ja, ich habe keine Ahnung. Ne, es war, glaube ich, die erste erst. Dann machen wir nochmal Jägerstaffel. Was ist die erste? Jägerstaffel. Ja, das ist was. Ja. Das ist heftig, oder? Wenn man sich das so vorstellt, ey. Na gut, machen wir noch einmal kurz Jägerstaffel. Und dann haben wir das auch. Und dann müssen wir mal gucken. Helden vs. Schocken haben wir heute noch gar nicht gemacht, ey. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde, meine Lieben. Wo ich mal gerne Urlaub machen würde, ist, ähm, in Amerika, ey. Boah, da hätte ich so Bock drauf. Da hätte ich so Bock drauf. Schön, Los Angeles. Oh, die Route 66 mal fahren. Boah, die Route 66 sind hoch. Äh. Der hätte ich mal richtig Bock drauf. Aber gut. Wahrscheinlich, ja. Oh, das ist so schwer. Fliegen ist so schwer. Fliegen ist so schwer. Warum? Hi, Sir. Boah, fuck. Alter, hat mich an der Millennium-Falke gestriffen. What the fuck? Da ist der Millennium-Falke. Aber der will ich nicht unbedingt empfüllen. Ach, komm. Er leckt mir doch die Füße. Wie war nochmal anvisieren? Äh, ich. Mann, geht doch kaputt. Ja, und dann bin ich tot. Äh. Da muss ich erst mal hinterher kommen, ey. Äh. Ja, fluchzeig beschädigt. Aber das ist nicht kaputt. Nein. Boah, ist das schwer, ey. Da hat grad ne Sprecherin gesagt. Er hat mich von hinten. Ja. Blitzadler. Das war wohl... Nenn mich roter Baron, mein Freund. Da ist der... Da ist der scheiß Millennium-Falke. Ich weiß. Nenn mich, wie gesagt, roter Baron. Der war im ersten Weltkrieg, glaube ich. Ne... Ne Persönlichkeit. Gibt's eigentlich für KI auch Punkte? Weil ich konzentriere mich jetzt eigentlich... Das war ziemlich scheiße. Weil ich konzentriere mich jetzt. Ja, ja. Bisschen nur. Komm hier, komm, 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 komm. Willst du uns schon verlassen, Soldat? Ne, 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 ne. Ich komm wieder zurück. Hinter dir. Schüttle ihn ab. Zielsucher-Kete auf Kollisionskurs. Na, was geht, Nathan? Du kleine... Ja, Nathan. Hammer nice, dass du auch immer hier bist. Richtig cool von dir, ey. Ich vermisse dich. Rebellen im Anschluss. Verstand. Luftunterstützung ist unterwegt. Das macht das gut. Ja, Niklas macht das echt gut, ey. Mich war auch ganz überrascht, ey. Der kann ja was, ey. Das hätte ich auch nicht gedacht. Alter, ich komme da voll nicht drauf. Ich komme auf das Spiel. Ey, auf das komme ich echt nicht. Was? Was, du kleiner... Äh? Ja. Ich... Wir wissen. Ja? Hast du das neu eingestellt, wer ihr? Ja. Cool. Ähm... Oh, angreifen. Wir müssen irgendwas angreifen, eigentlich. Wir haben hier Omega-12 von hier aus ganz Losium. Rebellentransporter zerstört. Gilderspiel. Na, hat dir der Schlag heute geschmeckt? 12? Nein, hier. Warum? Wenn er schlagen. Ich habe schlagen, Leute. Achso! Ja! Ja, genau! Ey, jetzt fällt es mir ein. Ja, danke schön. Hahaha. Das gibt eine Revanche, ey. Irgendwann mal, wenn wir mit CT wirklich nochmal zocken sollten. Dann... Dann mache ich nicht so fertig, ey. Wie kann das sein, dass manche mit Dings hier fahren, mit Spielen, mit Joystick? Alter, die sind so gut in Fliegen, ey. Ich kann das voll nicht. Ich brauche so lange, um zu wenden. Das ist das Problem. Rebellen sind jeden Moment in Reichweite. Ich weiß, Nathan, ja. Er macht wirklich nur seinen Job. Ja, nein. Ohne Spaß. Soll ich mal verraten, was ich gesagt habe, Super? Ich so, wie war das denn? Und er so, hat Nathan mir gesagt. Und ich so, willst du mir jetzt verarschen? Ist das eine Ausrede? Nein, wirklich. Ja, ist so. Das fand ich so geil, ey. Och Gott, ey. Jetzt bleib doch mal ruhig stehen, du blöder Computer hier. Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung, ich weiß. Sieg aber trotzdem. Sieg, sehr schön. Wie viele Kills? Ich hab... Was hab ich denn? Was hab ich denn? Ich hab einen Kill, einen Computer-Kill und fünfmal Verlust. Du hast 0, 0, 4. Ich bin 1, 1, 5. Und Rockleon ist 2, 6, 6. 2, 6, 6. 1, 2, 6, 6. Komm, spiel mit mir. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, ob ich heute noch... Nee, heute schau ich jetzt, glaube ich, nicht mehr Level 21 zu werden. Hat Stöckchen TTT? Ich weiß nicht. Ich hab auf jeden Fall TTT, Bird, nee, TTT. Niklas hat TTT. Du hast TTT. Nein, Stöckchen hat kein TTT. Gehen wir hier raus? Ja, natürlich. Das war jetzt nur so, ne? Na gut, hab ich's sagen. Dankeschön, bist du schon bei Star Wars Battlefront mit dem Big Mana. Und dem Ego-Lieber. Genau. Bis dennne. Tschüss. Tschüss.